Wir sind alle, wir sind heute Abend, wir alle sind heute Abend auf Fantasia. Ich muss jetzt gerade ganz kurz ein bisschen Witz drauf füllen, weil man dachte, dass wir nicht sehr wissen, dass wir nicht schlettern. Man hat gedacht, wir wollen nicht die gleiche Chance spielen wie auf der Tour, aber wir tauchen die Reihenfolge ein bisschen aus. Und da habe ich diesen Witz gemacht und ich dachte, da kommt jetzt noch eine Sonne, wo ich den Witz auflösen könnte, so eine Fräule, aber ich weiß nicht, also ich weiß gar nicht, aber jetzt möchte ich das mal sagen, das ist gar nicht, hör, ruhe jetzt hier. Weißt du was, was hier, wenn man hier in Norddeutschland sieht, das hier, ganz kurz, einfach vor dem Rekord, das ist nicht Demand Assange. Obwohl, so von Weitem, nein, also es ist, also Amanda, ich wollte es nur ganz kurz sagen, wir müssen die Zeit ja vorkriegen mit uns hat 96. Amanda ist natürlich ein Teil von Fantasia, aber sie konnte heute nicht hier sein, aber manche von euch wären ja sicher auch in Wagenhöchste. Und da ist Amanda auch wieder dabei. Und da ist Amanda auch nicht mehr dabei. Du weißt gerade, dass ihr warum Amanda nicht da ist. Das können wir überhaupt gar nicht sagen. Das dürfen wir nicht, nicht? Nein. Hatte ich extra gesagt. Das habe ich überhaupt gesagt. Sie hatte keine Zeit. Sie hatte, sie hatte eine Zeit, da war es gar nicht nur hoch. Aber wir sagen es nicht, nein, nein, wir sagen es nicht. Das hast du ja über uns auch nicht gesagt. Komm, Michi, erzähl dir mal weiter. Erzähl dir mal weiter. Komm, mach wir das noch. Du hörst dich auf die Unisonic Tour, wie du hast vorbekommen. Wir haben doch genug Zeit. Da musst du ja auch ein bisschen Ansagen machen. Alle gewinnsten Leute spielen. Ich meine, wir haben hier irgendwie 40 Songs. Der nächste Song ist auch ganz geil, Tobi. Der ist schon ganz gut. Sie hat uns gut hingegekriegt. Ja, das sind ja noch mal jung. Mit A. Ja, da habe ich noch nicht mehr für den Mathe gemacht. Mit Frau. Oh, ja. Und noch mit A. Eben.